Hey Freunde der Blasmusik, willkommen am Tag 2 beim Obotstag 2018. Letzte Nacht war heftig, feucht, dreckig, ja eigentlich, ich würde sagen stark war es und ich habe mir am Campingplatz mal angeschaut, wie ihr die Nacht überstanden habt. So jetzt ist der erste Tag am Montag vorbei, wie habt ihr es überstanden? Überstanden trifft es ungefähr. Feucht, fröhlich, würde ich sagen. Da sitzen und Bier trinken. Super Leute, super Stimmung. Zum Glück patsfrei. Zwar vom Regen her war es jetzt nicht so, aber man hat das Beste draus gemacht und war trotzdem wieder wie jedes Jahr eine Sache für sich. Unsere Zeit schwimmt, aber wir haben noch andere Unterkunft gefunden für die Nacht und jetzt müssen wir mal schauen, wo man heute schlafen wird. Auf welche Bands freut ihr euch heute? Musikerzeit spielt. Musikerzeit spielt, genau. Musikerzeit spielt, genau. Worum ich so ausschau, das seht ihr jetzt. Musikerzeit spielt, genau. Musikerzeit spielt, genau. Musikerzeit spielt, genau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lasst das krachen!